Hi Leute, hier ist wieder euer Eliom und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Starter-Serie. Was genau werden wir heute machen? Heute werden wir diese einzelnen Bereiche hier in diesem Reiter durchgehen. Wir werden die Dungeons durchgehen, Fraktionskrieg, Arena, Clanboss und den Turm des Verderbens. Und ich werde euch kurz einleiten, welche Bereiche sind für euch wieso wichtig, ab wann sind diese Bereiche für euch wichtig und auf welche Dinge sollte man genau achten, wenn man diese einzelnen Bereiche jetzt betrachtet. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Wir hatten im letzten Video, bin ich kurz auf diese Bereiche eingegangen. Die Tränke solltet ihr in dem Fall machen, wenn ihr einen Champion im Rang aufsteigen lassen wollt, also in den Farben, dann solltet ihr diese Bereiche farmen. Wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr sagt, jetzt level ich gerade keinen Champion, jetzt brauche ich die Farben meiner verschiedenen Sterne nicht leveln, dann solltet ihr auch hier nicht farben. Das wäre am Anfang nämlich nur Ressourcenverschwendung für euch. Also ihr levelt gerade ein, dann sammelt die Tränke, aber sonst würde ich das persönlich erstmal links liegen lassen, denn es hat keine große Relevanz, die am Anfang zu horten. Später dann, aber dazu kommen wir im Ressourcenmanagement, warum es wichtig ist, eine gewisse Anzahl immer parat zu haben. Dann kommen wir zum nächsten, das ist der Minotaurus. Minotaurus, wir sind schon auf die Fähigkeiten angegangen, unter anderem Juwelen ausgeben für die erste, aber ihr könnt die ja auch farmen. Dazu kommen wir eben jetzt. Je höher, desto mehr droppen, wie ihr hier sehen könnt. Die Zahl ist natürlich ganz anders im Vergleich zu 11, ist aber auch natürlich schwieriger, das Ganze zu meistern. Wenn ihr dort die Rollen farmt, könnt ihr sie dann benutzen und könnt die Fähigkeiten eurer Champions leveln. Was ich euch am Anfang empfehle, ist so die ersten 1 bis 3 Reihen. Ich zeige es euch mal ganz kurz an meiner. Wir hatten ja die Schlachtmite, ich habe euch gesagt, das ist ein super Starter, also ein super Champion, den ihr umsonst bekommt. Hier seht ihr, ich habe nicht mal überall Legendär oder sowas. Es sind zum Teil blaue Sachen, zwar 6 Sterne, aber hier auch 5 Sterne. Sie hat noch nicht mal einen Banner, weil ich sie nicht auf 60 hochlevel. Also ihr seht, sie hat okay Equipment, sie hat okay Stats. Ich habe auf 2, 3 Stats wirklich Wert gelegt, den Rest habe ich links liegen lassen, aber ich habe hier nur die ersten 2 Reihen gemacht und zwar ist wirklich am Anfang für euch das in den Champions wichtig, dass ihr ein bisschen mehr Crit-Quote kriegt, dass ihr ein bisschen mehr Crit-Damage kriegt. Hier habt ihr ein bisschen Genauigkeit und hier kriegt ihr auch nochmal Genauigkeit und zwar ganz am Anfang, wenn gerade nichts auf Abklingzeit ist oder genau in der Runde, wo alle Abklingzeiten weg sind. Das reicht, das reicht. Solltet ihr natürlich einen Defense Champion haben, dann habt ihr hier eben die Wahl Widerstand. Lohnt sich am Anfang noch nicht so wirklich für euch, da würde ich dann eher zur Defense gehen. Und dann solche Geschichten wie, dass ihr ein bisschen weniger Schaden bekommt oder je nachdem, ob euer Champions Schilde macht oder euch heilt, könnt ihr das machen. Das kommt dann immer, also kommt immer auf den Champion drauf an, was für einen Nutzen hat der für mich und welche Masteries brauche ich dann. Da würde ich mich an eurer Stelle ein bisschen einlesen, denn die Vorgaben, die YouTuber geben, wie solltet ihr etwas leveln und wie solltet ihr Masteries machen, das sind immer so Richtlinien. Ihr müsst es aber für euch wissen, weil die benutzen oder wir benutzen diese Fähigkeiten oder diese Skillbäume in diesem Fall für ein spezielles Szenario. Aber in diesem Szenario braucht ihr diesen Champion vielleicht gar nicht. Sagen wir, ihr braucht diesen Champion im Clan Boss, dann braucht er ganz andere Masteries, wie wenn ihr sie in der Arena benutzt. Deswegen müsst ihr immer wissen, wo benutze ich diesen Champion und dann in die jeweilige Richtung gehen und zu skillen. Aber Masteries machen wir auch noch, vor allem für spezielle Champions in den Guides, aber auch so im Allgemeinen möchte ich mal gerne über die Masteries gehen. Aber das machen wir dann in speziellen Videos, weil das auch seine eigene Zeit erfordert. Aber wie gesagt, jetzt gerade ging es nur darum, die ersten zwei Reihen reichen eigentlich erstmal voll und ganz auf. Das sind dann auch ein paar Runs nur und die ersten kann man mit den ersten, mit den ganz kleinen Rollen machen. Was bedeutet, ihr müsst an sich nicht mal so hoch kommen, da würde sogar schon Stufe 5 reichen, dass ihr die ersten paar zusammensammelt und diese vier Skillpunkte vielleicht setzen könnt. Ja, also an sich recht einfach und das würde euch schon ein bisschen weiterhelfen, wenn das jeder eurer Champions in eurem Starter-Team quasi hat. Ja, das wäre es dann eigentlich, was das angeht schon. Und hier haben wir die speziellen Dungeons, die werden wir auch nochmal explizit jedes auseinandernehmen und da durchgehen. Was ist da wichtig, was ist da gut, wieso sollte man den einen vielleicht am Anfang farmen und den anderen Dungeon eher im Late Game und sonst irgendwas. Aber das machen wir dann. Aber was ich sage in den Dungeons ist, am Anfang immer erstmal versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Aber welches Ziel ihr euch am Anfang setzen solltet, ist Stufe 13. Hört sich jetzt zwar viel an, aber ihr werdet erstaunt sein, wie leicht ihr da hinkommt und wie schnell vor allem ihr da dann am Ende des Tages doch hinkommt. Und je nachdem, welche Champions ihr zieht, werdet ihr in dem einen Dungeon früher auf Stufe 13 kommen als in dem anderen. Aber das sollte wirklich euer Ziel sein. Das sollte so ein kleiner Richtwert für euch sein. Okay, ich will in allen Dungeons Stufe 3 ich sich erreichen. Wenn ihr die ersten zwei Videos geguckt habt und ein paar Sachen befolgt habt und jetzt schon zwei, drei Wochen im Spiel seid, dann könnt ihr wirklich anfangen, die Dungeons zu machen. Wenn ihr die ersten Videos noch nicht geguckt habt und echt am Anfang seid, dann schaut euch das erste Video an, weil das erklärt so vor allem die ersten paar Tage, was ihr da in Raid machen solltet. Und da spielen diese ganzen Dungeons überhaupt keine Rolle für euch. Also erst, wenn ihr quasi die ersten paar Wochen durch habt und den Quests natürlich auch gefolgt seid. Die Quests werden euch immer dahin bringen. Das heißt, macht den Dungeon auf Stufe 3, macht den Dungeon auf Stufe 5 und und und. Also ihr werdet durch die Quests schon ein bisschen vertrauter mit den Dungeons und müsst ein bisschen höher steigen. Aber sobald euch die Quests dann nicht mehr weiterbringen, beziehungsweise es länger nicht mehr solche Quests gibt, macht den Dungeon auf der Stufe. Solltet ihr immer wieder mal nebenbei gucken, wenn ihr vielleicht einen Champion, den ihr im Drachen benutzt habt, von 5 auf 6 Sterne gebracht habt, zu sagen, okay, hey, jetzt ist er wieder ein bisschen stärker oder ich habe ihm eine bessere Schuhe gegeben und bessere Handschuhe. Jetzt hat er wieder an Werten dazu bekommen. Vielleicht schaffe ich doch jetzt nicht mehr 9, sondern 10. Also immer wieder mal so alle paar Tage mal probieren, wenn sich was an euren Champions verändert. Um zu gucken, kann ich weiter. Und wenn ihr dann bei 13 seid, dann würde ich da erstmal auch bleiben. Warum 13? Weil ihr dort schon 6 Sterne bekommen könnt. Die Chance ist recht gering, aber immerhin besteht eine Chance. Und wenn ihr seht, auf Stufe 12 kriegt ihr 4 bis 5, aber es kostet genauso 14 Energie. Natürlich ist es wieder eine andere Affinität und ein bisschen stärker, aber für dieselbe Energie eventuell 6 Sterne Items zu bekommen, lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen, das sollte, was die Dungeons angeht, erstmal euer erstes Ziel sein. Sozusagen sind wir mit den Dungeons auch soweit durch. Fraktionskrieg. Es gibt Leute, darüber lässt sich wirklich streiten. Es gibt Leute, die sagen, lasst das erstmal links liegen. Ich persönlich empfehle euch, wenigstens die erste Stufe zu schaffen. Ich kann es euch jetzt nicht zeigen, weil ich keine Schlüssel mehr habe. Aber wenigstens die erste Stufe. Denn diese 1 Sterne Glyphen, die werden euch vielleicht irgendwann, wenn es darum geht, das Team zu tunen, weil man spezielle Geschwindigkeitswerte erreichen muss oder weiß ich nicht was. Da werden euch die 1er Glyphen helfen, vor allem die Geschwindigkeitsglyphen. Also die sind unglaublich wichtig. Aber auch im Allgemeinen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt einfach nur mal nehmt, ihr habt diese 6 Items von Waffe bis Schuhe und auf jedem ist der Unterwert Geschwindigkeit. Außer auf den Schuhen, sagen wir jetzt mal nicht. Und ihr werdet, ihr benutzt bei jedem dieser Items eine 1er Glyphe, kriegt ihr am Ende 5 Geschwindigkeit mehr. Und 5 Geschwindigkeit können viel ausmachen. Die können es vielleicht ausmachen, dass ihr in der Arena erstmal immer an erster Stelle kommt, weil euer Champion nur durch diese Glyphen 5 Geschwindigkeit mehr hat. Und ihr werdet später im Spiel merken, dass diese 5 Geschwindigkeit oder vielleicht 5% mehr Defense oder 5% mehr Leben wirklich viel ausmachen können. Auch wenn es am Anfang nicht so viel klingt. Aber da würde ich immer gucken, wie bei den Dungeons am Anfang so weit, also was heißt immer, so weit wie möglich zu kommen. Wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt hier in einer Fraktion, wo ich fast am Ende bin. Ich muss jetzt noch ein bisschen was leveln und dann werde ich auf die letzte Stufe schaffen. Aber ich probiere es hier auch so weit wie möglich. Und 20 ist eben gerade das Maximale. Wenn es bei euch nur 1 ist und auch nur auf 1 Stern, es ist egal. Hauptsache ihr kriegt diese Belohnungen genauso wie diese Sachen. Diese ganzen Materialien, dazu kommen wir dann, wenn wir zum Thema Farmen kommen. Denn diese ganzen Materialien können euch vielleicht, je nachdem wo euer Account ist, gutes Equipment bringen für Materialien, die ihr sowieso bekommt, während ihr normale Bereiche macht wie Arena oder eben hier. Die Materialien sind wir ja schon durchgegangen im ersten Video, wo ihr die herbekommt. Aber ich habe gesagt, ich gehe auf jeden Bereich nochmal ein. Ein Fraktionskrieg ist einer der Bereiche, wo ihr welche herbekommt für spezielle Items. Deswegen, es lohnt sich immer, wenn man nur die erste Stufe schafft, macht man einfach die, dann kriegt man die Materialien und kann aus allen irgendwo noch etwas machen und irgendwo noch etwas rausziehen. Ihr kriegt einerseits Glyphen, ihr kriegt andererseits Materialien. Mit diesen Materialien kriegt ihr vielleicht Equipment oder einfach mehr Silber. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall, ich würde da jeden Tag reingucken, denn es sind immer andere offen und immer gucken, dass ich vielleicht sogar einfach nur die erste Stufe schaffe. Einfach, dass ich diese Schlüssel verwende, sonst wäre es jedes Mal verschwendet. Danach kommen wir zur Arena. Arena ist ein ganz, ganz großer Punkt und da ist es natürlich auch super wichtig, was habe ich für ein Team und wohin komme ich. Ich habe es euch schon gezeigt, hier habt ihr die verschiedenen Stufen und in den jeweiligen Stufen kriegt ihr einen Bonus in der großen Halle und da steigert sich natürlich auch die Anzahl an Materialien. Genauso sieht die Truhe hier am Ende der Woche auch anders aus. Die Belohnungen werden größer, die Belohnungen werden besser. Wie ihr sehen könnt, sind hier wieder ganz andere Bücher drin. Hier genauso andere Splitter, anderes Equipment und und und. Das steigert sich, da könnt ihr euch selber mal einlesen, was alles bringt. Und ja, worauf solltet ihr in der Arena am Anfang achten? Ich kann es euch jetzt bei mir zeigen. Und zwar gibt es verschiedene Methoden, wie kann man es machen. Aber für euch am Anfang wäre eigentlich das Beste, ihr arbeitet mit einem Speed-Nuke-Team. Was bedeutet, ihr habt einen Leader, der eine Aura hat, die Geschwindigkeit in allen Bereichen gibt, wie wir es im Video vorher schon hatten eben, wäre das zum Beispiel das Medium oder andere Champions, wie jetzt hier, Arbiter, ich habe meine Mission fertig und habe sie schon, hat spezifisch nur in der Arena 30%. Das ist übrigens der 2. oder 3. höchste oder beste Champion, was Arena-Aura-Geschwindigkeit angibt. Ich weiß nicht genau, welcher 2. oder 3. beste auf jeden Fall. Ja, das ist das Wichtigste. Also wenn ihr ein Speed-Nuke-Team, und das empfehle ich jedem am Anfang, weil das ist die einfachste Möglichkeit, um am Anfang voranzukommen und in der Arena Marken zu sammeln und auch zu gewinnen. Alles andere würde noch keinen Sinn machen, weil ihr kommt noch nicht auf gewisse Defense-Werte, ihr kommt noch nicht auf gewisse Widerstandswerte oder Leben oder sonst irgendetwas. Aber ein Speed-Nuke-Team ist eigentlich wirklich immer erfolgreich und es hat sich oft bewiesen, dass es auch wirklich so ist. Also, Leader mit einer Geschwindigkeits-Aura, ob Arena oder alle Schlachten, müsst ihr gucken, was da der Beste ist. Und hier kommt eben jetzt wieder ein kostenloser Champion dazu, nämlich nach 30 Tagen Spielzeit bekommt ihr Hohe Cartoon. Und Hohe Cartoon hat, ich glaube, es sind, lass mich lügen, 19, hier haben wir sie, 19% Geschwindigkeit in allen Schlachten. Diesen Champion kriegt ihr umsonst. Genau deswegen benutze ich sie als Beispiel, weil ihr diesen Champion umsonst bekommt. Und zwar jeder von euch, der 30 Tage lang am Stück oder nicht mal am Stück, selbst wenn ihr euch morgen nicht einloggt, unterbricht es die Kette nicht. Ihr macht am selben Tag weiter, wo ihr heute aufgehört habt. Und das ist eben das Gute an diesen Belohnungen. Es gibt andere Spiele, da muss man sich jeden Tag einloggen, ansonsten fängt man wieder bei Null an. Hier finde ich es gut, dass du einfach weitermachen kannst, egal wie lange du nicht einloggst. Und deswegen benutzen wir sie als Beispiel. 19% in allen Schlachten ist super gut, vor allem in der Arena. Und dann gehen wir jetzt wieder in die Arena mit rein. Und zwar gehen wir dann in das Beispiel. Wir haben dann eben sie. Und in dem Fall, dadurch, dass sie die Leaderin ist, und ich Esel, hätte euch natürlich auch ihre Skills zeigen sollen, weil deswegen ist sie so wichtig. Und zwar hier. Füllt das Rundenmeter aller eurer Verbündeten um 15% und ihr kriegt noch einen Geschwindigkeitsbuff. Wir hatten bei Diabolistin Rundenmanipulation, wo sie euch auch Rundenmeter gibt, aber dem Gegner abzieht. In diesem Fall gibt sie euch, also hier die hohe Cartoon, zusätzlich den Geschwindigkeitsbuff. Manipuliert aber nicht das Rundenmeter eurer Gegner. Aber diesen Geschwindigkeitsbuff gab es bei der Diabolistin im zweiten Skill. Was bedeutet, um beide zu bekommen, müsste sie zwei Runden gehen, was meistens nicht der Fall ist in der Arena. Weil ihr werdet sehen, sehr viele eurer Gegner werden diese Speed Champions haben und werden über eine Speed Nuke oder über ein Speed Nuke Team euch fertig machen. Deswegen ist sie das super Beispiel dafür, weil sie hat wirklich beides mit drinnen. Und ihr kriegt sie umsonst. Wir gehen, wie gesagt, von Free-to-Play aus. Und ich will euch eine Möglichkeit zeigen, falls ihr nicht gewisse Champions, die auch nur Rare sind, in Splittern zieht. Sondern ihr habt einfach, wie ich, nicht das Glück, einen Apotheker zu ziehen. Ich zeige ihn euch mal, das ist mitunter die beste Rare. Hier, der Apotheker hat nämlich genau denselben Spaß, nur füllt er um 30%. Und gibt aber dafür, nee, den großen, genau, er hat denselben Effekt. 15% um 30%. Sorry. Und ja, falls ihr den nicht zieht, wie ich, ich habe ihn nach sieben Monaten Spielen erst gezogen. Und da hatte ich natürlich dann schon bessere und habe keinen großen Nutzen mehr für ihn gefunden. Ich habe ihn natürlich gelevelt und ihm Equipment gegeben. Ich benutze ihn hier und da nochmal. Aber an sich hat er für mich gerade nur noch Fraktionskrieg-Status. Und ich glaube, in einem Dungeon benutze ich ihn noch. Das war's, weil ich bessere habe. Aber falls ihr ihn nicht habt, wollte ich euch eine kostenlose Variation oder Variante zeigen. So, dann geht's weiter von diesem. Das bedeutet, eure Cartoon bekommt auch euer schnellstes Equipment. Ich zeige es euch mal an meinem Arbiter. Der Speed Lead Champion und der, der euch bufft, weil sie hat auch eine Fähigkeit, ich zeige es euch nur ganz kurz. Sie füllt auch das Rundenmeter, gibt aber dafür einen Angriffs-Buff. Dazu kommen wir aber bei anderen Champions dazu. Sie hat mein schnellstes Speed Gear. Wie ihr sehen könnt, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Die Sets müsst ihr gucken, dass sie immer ergeben. Und volle Speed Gear. Also, Geschwindigkeit als Unterwert, Geschwindigkeit als Unterwert, Geschwindigkeit als Unterwert. Wirklich in jedem Item. Es ist auch egal, ob es vielleicht nur 5 Sterne ist. Wenn es euer Bestes ist, obwohl ihr 6 Sterne habt, das die meiste Geschwindigkeit gibt, kommt das mit drauf. Bei den Schuhen genauso. Ich habe keine besseren gerade. Deswegen benutze ich nur 4 Sterne. Aber es sind die besten und die Unterwerte sind okay. Aber darauf lege ich keinen Wert. Mir geht es nur um Geschwindigkeit. Wie ihr seht, Crit Damage, Leben, das sind manchmal Werte, Angriff hier. Die sind für meinen Arbiter hier nicht wichtig. Und es sollte bei euch genauso sein. Es geht nur darum, dass sie schnell ist. Als erstes in der Arena vor einem Gegner dran ist. Und euch dann diesen Speed Buff und Rundmeter Buff gibt. Als nächstes geht es bei mir. Ach, siehst du? Hier benutze ich ihn auch noch, den Apotheker. Als nächstes kommt bei mir der Apotheker. Und das wäre die eine Variante. Ihr geht quasi von Speed Boost in Speed Boost in Debuff in Nuke. Oder, wenn ihr schnell genug seid, habt ihr Speed Boost in Buff, Debuff und dann Nuke. In meinem Fall ist es wie gesagt, sie boostet meinen Speed und das Rundenmeter eher genauso. Das heißt, ich kann sicher sein, wenn mein Arbiter zuerst geht, gehe auch ich zuerst. Und mache dann meine Rotation einmal durch. Wenn die Gegner dann alle tot sind, ist der Kampf vorbei. Wenn die Gegner nicht tot sind, ist der Gegner dran. Und dann gucken wir mal, wie es am Ende ausgeht. Manchmal überlebe ich, manchmal sterbe ich. Das ist gerade so eine 50-50-Geschichte. Dann geht es bei mir weiter in einen Debuffer. Und zwar in meine Sargella. Ich zeige es euch ganz kurz. Sie greift alle Gegner dreimal an. Defense verringern. Wir hatten das ja schon bei der Schlacht Might, dass es da genauso funktioniert. Und dann wäre es eben in dem Fall, entweder ihr benutzt quasi Cartoon. Danach benutzt ihr Diabolistin, falls ihr keine besseren Champion habt. Danach würde es bei euch in eine Schlacht Might gehen. Und dann würde es in euren Starter-Champion reingehen. Egal welchen ihr genommen habt, dieser Champion sollte es sein. Weil der höchstwahrscheinlich ein höheres Level hat als alle anderen. Und zweitens euer bestes Gear hat und somit mehr Schaden macht. Bei mir ist es in dem Fall Ray. Ray hat nur AOE-Skills. Greift alle Gegner an, greift alle Gegner an, greift alle Gegner an. Aber ich hatte das Glück, sie zu ziehen. Bei euch wäre es, wie gesagt, der Starter-Champion. Bei mir war es am Anfang auch. Es kommen ein Haufen Champions hier in Frage. Aber ja. Das hier ist ein Bot-Team. Also nehmt da nichts mit raus. Aber es könnte auch so ähnlich funktionieren. Weil das ist auch ein Speed-Champion. Idealerweise wäre es. Ich könnte quasi ihn rausnehmen. Weil ihr könnt auch arbeiten, falls ihr zwei Champions kombiniert habt. Ich habe euch ja gesagt. Bei euch wäre es ja in dem Fall die Diabolistin und die Cartoon. Aber die Diabolistin gibt ja Speed. Beziehungsweise wir nehmen jetzt mal das, um den Nutzen besser zu demonstrieren. Die Cartoon, die euch Speed gibt. Und Rundenmeter. Danach nehmen wir einen Buffer, was in diesem Fall, ich glaube hier war sie drin. Das Medium wäre. Buffen. Hier Angriffssteigerung. Den großen auch noch. Danach debufft ihr den Gegner mit eurer Schlachtmaid. Indem ihr das macht. Und dann kommt euer Starter und nuket. Jetzt gibt es aber Champion, Champions, mehrere, wie Gorgorup. Die boosten euer Rundenmeter und buffen direkt. Was bedeutet, dieser Champion erfüllt jetzt den Zweck von Cartoon und vom Medium. Was bedeutet, dadurch, dass ich das hier habe, kann ich jetzt sagen, hey, es gibt oft den Moment, wo der Gegner in der zweiten Runde oder an zweiter Stelle schneller ist als ich. Und dann kommt jetzt euer zweiter Speedbooster, wie es bei mir ist. Bei mir war es früher nämlich zum Beispiel Gorgorup. Deswegen benutze ich ihn als Beispiel. Es war Gorgorup. Und dann habe ich mit ihm quasi geboostet, gleichzeitig gebufft. Bin danach in noch einen Booster rein, dann D-Buffer und dann eben Nuke. Und so könnt ihr das auch machen. Also falls ihr Champions habt, die zwei Nutzen erfüllen oder hier in dem Fall Sucher hat genau dasselbe, füllt das Rundenmeter und gibt einen Angriffsteigerungs-Buff. Dieser Champion kombiniert auch zwei Punkte in der Arena. Wenn eure Champions schnell genug sind, würde er sogar einen dritten erfüllen, nämlich noch zusätzlich eine defensive Aura geben. Und diese 30% in der Arena sind extrem hoch. Deswegen, dieser würde dann am Ende drei Nutzen erfüllen. Aber nur, wenn ihr ohne die Geschwindigkeitsaura trotzdem immer an erster Stelle seid. Was bedeutet, euer Leader, euer Cartoon in dem Fall, ist am schnellsten. Oder hier jetzt der Sucher. Sagen wir, er ist euer Main-Speed-Buffer. Dann ist natürlich er der schnellste. Also immer dieser Champion, der euch als erstes bufft und vor allem aber auch die Geschwindigkeit oder das Rundenmeter-Buff. Darauf kommt es an. Dieser Champion sollte wirklich der schnellste auf eurem Account sein. Und dann, ja. Wollt ihr sehen, wie macht man das mit der Reihenfolge? Wie kann ich ausrechnen? Weil es kann natürlich doch passieren, dass ihr zwar mit eurem Speed-Leader als erstes dran seid, aber danach der Gegner einschneidet. Das hängt damit zusammen, dass die Geschwindigkeiten eurer verschiedenen Champions nicht abgestimmt sind. Das ist aber eher mit zur Endgame-Mechanik. Das ist eher etwas, damit ihr nicht eingeschnitten werdet, sondern flüssig vom Buffer, vom Speed-Buffer in den Nuker reingeht, ohne dass der Gegner überhaupt drankommt. Dann könnt ihr auf Deadwood Jedi's Seite gehen und dort gibt es Rechner, und zwar einen Arena-Rechner von einem Typen, der hieß Zombie-Lord. Und der hat quasi komplett aufgelistet, da könnt ihr die Sachen dann eingeben. Ich kann es namentlich nennen, ich weiß nur nicht, ob ich es euch jetzt auch wirklich zeigen kann, da müsste ich mich erst informieren. Aber falls ich es zeigen darf und sowas, dann werde ich das auch auf jeden Fall in einem weiteren Video zeigen, wie man das dann eingibt und macht. Aber der ein oder andere von euch kann sich vielleicht auch selbst einlesen, falls er schon im Midgame ist und soweit ist. Und kann dann wirklich sagen, okay, was muss ich jetzt machen? Sagen wir, mein erster Champion hat 200 Speed und Buffed, wie schnell muss mein zweiter Champion sein, dass nicht eventuell der Gegner zwischen rein funkt. Wie schnell muss dann mein dritter Champion sein, damit da nicht auch jemand rein funkt. Und wenn ihr das alles aufeinander abgestimmt habt und dann im Spiel die Geschwindigkeitswerte eurer Champions aufeinander abgestimmt habt. Ich habe das zum Beispiel bei mir gemacht, sprich, wenn ich anfange, dann fange ich auch an und ziehe meine Rotation durch. Außer es gibt noch die eine oder andere Passiv, die damit einschneiden kann, aber dann würden wir jetzt viel zu tief in die Thematik einsteigen. Und ja, somit könnt ihr quasi sicher gehen, dass ihr auch immer dran seid. Und das ist wichtig. Aber wie gesagt, das ist erstmal im Midgame und sonst irgendwas. Und dann, ja. Und dann haben wir natürlich, in dem Fall setzt ihr dann auch genauso die Defense, wie ihr es bei mir gesehen habt, läuft es dann ganz genauso. Und die Defense funktioniert dann auch genauso. Also das könnt ihr dann machen. 3v3 Arena ist genauso wie Fraktionskrieg, ist auch ein umstrittenes Thema. Das kann man so oder so sehen. Ich an eurer Stelle würde am Anfang vielleicht nur einen Champion in die Defense setzen. Und das war's. Damit ihr ein bisschen runterkommt und quasi farmen könnt. Weil am Anfang müsst ihr keinen Wert drauflegen, aufzusteigen. Sondern ihr müsst quasi nur Wert drauflegen, ein paar von diesen Goldmünzen zu bekommen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ihr werdet öfter noch Gegner auch sehen, die auch nur einen Champion drinnen haben. Womöglich sogar ein Level 1 Champion. Das heißt, das ist für euch ein Easy Kill und der ganze Kampf ist ein Easy Win. Und somit könnt ihr ein bisschen was farmen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe gehört, dass es sehr viele gibt, die das machen. Und dann kann man natürlich diese Goldbarren farmen. Und dann könnt ihr euch am Anfang hier Sachen kaufen. Die würde ich euch, solange ihr noch keine, noch nicht wirklich viele habt und den ein oder anderen seltenen Champion noch aufleveln müsst, würde ich euch die auf jeden Fall ans Herz legen, dass ihr euch vielleicht das ein oder andere Buch kauft. Ansonsten Energie immer gut, wie ihr seht. Ich habe sie auch gekauft. Diese Splitter könnt ihr am Anfang auch kaufen. Je nachdem, wie es mit euren Ressourcen aussieht und sonst irgendwas. Das, das und das würde ich auf keinen Fall kaufen. Ich finde, die Preise sind, selbst dafür, selbst dass es nur 300 und 200 von den Goldbarren sind, völligst überzogen. Und die Chicken, ganz ehrlich, da kaufe ich mir lieber so einen Splitter, kriege eventuell auch einen Rang 3 Chicken, aber habe auch die Möglichkeit, vielleicht einen epischen oder legendären Champion zu kriegen. Also wenn ihr diesen antiken Splitter kauft, habt ihr sowieso ein 3er Hühnchen, aber habt auch die Möglichkeit, ein Champion zu bekommen, wo es wirklich einen Nutzen für euch hat. Also gebe ich diese 300 mehr gerne aus. Also die drei Sachen kann ich euch ans Herz legen, die eventuell kaufen und dann hier dasselbe. Ihr packt dann einfach dasselbe Team rein in euren Angriff. Ich zeige es euch. Ihr packt dann dasselbe Team rein wie bei euch. Packt vielleicht noch zwei andere rein oder sowas, die vielleicht was reißen könnten. Selbst wenn nicht, dann packt da überall nur einen Champion rein. Hauptsache hier gewinnt vielleicht einen, wenn nicht sogar zwei kämpfe und sammelt ein paar von diesen Marken. Die 3 gegen 3 Arena ist für euch nur eine kleine Ressource, weil die kriegt ihr sowieso jeden Tag, wo ihr eventuell noch was dazu gewinnen könnt. Also kann ich euch auch nur ans Herz legen, dass ihr das da auf jeden Fall macht und da einfach nur ein paar Dinger sammelt. Auch wenn ihr nicht jeden Tag eure zehn Kämpfe schafft. Hauptsache ihr sammelt vielleicht ein paar Marken und könnt am Ende der Woche nochmal 300 Energie dazukaufen oder vielleicht einen Splitter extra. Und wenn ihr Glück habt, bam, Legendary. Ich sage sowas wie immer mehr. Ja, dann würde ich auch sagen, beenden wir das Video hier. Da es sonst noch viel zu lang wird und jetzt schon recht lange läuft. Im nächsten Video werden wir dann den Clan-Boss durchgehen und den Doom-Tower. Ich gehe schwer davon aus, dass es wieder ein Video wird, das ein bisschen länger geht, weil der Clan-Boss an sich schon ein super wichtiger Part im Spiel ist und das werde ich euch eben dann ausführlichst erklären und wir sind jetzt schon recht lang. Deswegen, wenn ihr das sehen wollt, wenn ihr wissen wollt, was könnt ihr am Anfang im Doom-Tower machen, wie solltet ihr vielleicht auch da an die Sache rangehen und vor allem, wieso ist der Clan-Boss so wichtig und was sollte ich am Anfang beim Clan-Boss beachten, dann schaltet zum nächsten Video ein und dann wünsche ich euch eine gute Zeit bis dahin und dann sehen wir uns im nächsten Teil der Starter-Serie. Bis dann, ciao, ciao!